Dann kommen dann die schlechten Tiere ins Hölle? Nein, bei den Tieren ist das so, die Tiere kommen weder ins Paradies noch in die Hölle. Allah SWT richtet zwischen ihnen und jedes Tier bekommt sein Recht zurück. Und dann verwandelt Allah die Tiere in Staub. So sagt es der Prophet SAW. Die Tiere werden dann in Staub verwandelt.